Moin, ich bin heute bei Fisch am Trabhof in der Nähe von Paderborn und die Anlage möchte ich euch auch vorstellen. Am Ende des Parkplatzes findet ihr eine Kasse, erst bezahlen, dann angeln. Die Anlage besteht aus zwei Tageskartenteichen, einem Lachsteich und einem Forellenteich und drei Mietteichen. Der Lachsteich kostet 40 Euro und ihr findet Fische zwischen einem und etwa 6 Kilo. Der Forellenteich kostet 35 Euro und ihr habt einen Mix aus Portionsforellen, Kleinlachsforellen und Goldforellen. Den Forellenteich könnt ihr teilweise mit dem Auto befahren, so habt ihr alles direkt an eurem Angelplatz. Einen Schlachtplatz gibt es natürlich auch. Ich mag die Anlage sehr gern, weil sie sehr sehr sauber ist und eine tolle Fischqualität hat.